Halt die Schnauze. Oh, du Schanker brauch ich. Ladehemmung. Ladehemmung. Meine Waffe, meine Waffe. Fehlfunktion. Mann, so eine Scheiße. Ach, Mann, Alter. Amosbacher, grüß dich, herzlich willkommen. Ach, Mann, leck mich doch am Arsch. Verlustiert sich gerade in deiner Hose. Angeverlustiert sich an deiner Ranke. Ja. Ja, bitte, bekrägt hier. Ja. Jalla. Jetzt ein Playboy. Ja, der ist gut. Hier spawnen immer eine Waffe. Also zu 50%. Wo? In dem blauen Wagen hier. Ach, hier, ja. Kofferraum. Kann auch meine Grafikkarte drin liegen. Ich hab das in der AUG rausgezogen, eine G28 voll gemoddet. Alter, wir sind schon wieder total irgendwie aufgespielt. Falsch. Das sind wir alle. Ich bin in der Mitte irgendwie, keine Ahnung. Ich bin im Regret jetzt. Okay, ich komm rüber. Wir kommen, sofort. Wo bist du, Playboy? Hier, hinter dir, glaube ich, ja. Okay. War hier nicht mal ne Tür offen, wo du durch die Wand gehen konntest? Ach, das war hier. Ich bin im Mittelstreifen. Jetzt bin ich hinter Stefan. Nee, du bist hinter mir. Ach, in dem blauen Auto. Ah, okay. Ja, ja. Die Jacken werden sie bestimmt schon gefilzt haben. Na ja. Alles. Bigrettes Action. Nee, ist ruhig. Hier, komm ins Mittelstreifen. Ah, ich sehe Stefan. Okay. Ja, ich bin hinter dir. Ich komm mal rein schon. Ja. Du rennst gerade hoch, ja? Ja, ja. Wammst du rein, guckst du raus. Mhm. Ich bin hier auch aufgewamst. Er hat den hier nen Air drauf gerufen. Das Flugzeug. Ich muss beisamer machen. Fliegende Trammelfälle weg. Alter. Ja. 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 Ach, du hast den schon? Ja. Dummes Giff, Alter. Arm, schwarz, alles andere. Gelb. Ich wusste jetzt nicht, aber es ist gar nicht. Hast du ihn soweit? Wir sind soweit, oder? Ja, soweit. Ja, soweit. Ja, rennt da vorne die Rampe hoch? Ich, 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 ich. Okay. Gut, schaffe ich bitte ne Skeffmütze auf, ja. Wir gehen zum Z, ja. Äh, wo wollt ihr rüber gehen? Über die Brücke? Wir gehen zum Z über den Mittelstreifen, oder? Alles klar. Mhm. Ich glaube, der Mittelstreifen ist auch das sicherste, oder? Wurde ich fast keine Ahnung. Also ich darf immer, immer immer die Brücke straight. Ja. Ich würde dann sagen, wir treffen uns drüben, dann haben wir wenigstens zwei Blickwinkel. Ja. Damit es einem nicht passen wird. Ich bin hinter dir, Stefan. Also ich slide jetzt hier irgendwie unter dem Zug durch. Ja, das ist ne gute Idee. Bis jetzt, ja. Ich werde dir in den Arsch kriechen. Ich bin ja am Brückenhäuschen. Ich laufe auch jetzt gerade in Richtung Brücke. Ich komme jetzt über die Hauptstraße und laufe über die Planken jetzt. Eine Sekunde. Wir laufen über den mittleren Weg. Wir gehen dann unter der Brücke am Pfeiler unten links runter durch. Ja, ja, ja. Oder wollen wir hoch? Wollen wir uns oben treffen? Ne, ne. Das ist schon ne gute Idee, glaube ich. Da unten her. Okay. Weil dann würden wir auch direkt hier drüberspringen und dann unten werfen. Und dann an die Wand laufen. Ja. Ein Skeff. Quark. Ich sehe den nicht. Ich weiß nicht, ob er vom Construction rüber gepflegt hat. Nicht, dass er oben... auf der Brücke, oder? Am MG sitzt. Klingt wie auf der Brücke, der Löff. Ja, ich renne gerade auf der Brücke. Ja, Brücke sind wir. Auf dem MG ist nichts. Das bin ich jetzt hier. Komm weiter links laufen. Mhm. Ach, ja, dann müssen wir ja wieder zurücklaufen in dieser blöden Uhr. Aber hier ist noch die Safari. Hier müssen wir noch einmal kurz ran. Ja, klar. Ich blicke mich der Weile her. Das ist gut. Stefan hat ja schon. Ja, ich hab schon. Ich bin fertig. Ich bin bei dir, Playee. Mhm. Ich halt hier ein bisschen den Rücken frei. Oh, schwindel Geräusche. Digga, wie viel schluckst du noch schlucken? Digga, das ist M80. Das ist unnormal. Diese Idioten. Und die haben nichts an, weißt du? Dann guckst du, ey... Ja, die haben nichts an. Du guckst dir halt einfach eine Packe an. Aber tankt sechs Schuss M80. Übel. Okay, ich komm dann rüber zu euch zur Wand. Mhm. Über Ice Cream Häuschen. Ich hab einmal kurz den Scavi. Ja. Ich laufe in Richtung Wand gerade. Okay. Da, wo man in Richtung Dreerdorms läuft. Gut. Wir kommen hinterher. Alles klar. Ui, der Airdrop ist oben auf dem Hexenügel gelandet. Oh, yo, ich seh ihn. Ja, dann passt mal lieber auf da oben. Ja. Ich geh mal ganz nach oben. Ich glaube, ich hab schon eine Bewegung gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Warte, ich schneide mal einfach. Ja, da reint einer. Der ist oben. Wo ist der dich? Ja, warte. Der hat mich scheiße. Was? Ich bin down. Wo ist der? Der ist ganz links vom Berg. Ganz links. In Richtung, in Richtung Wand war der. Aber könnte natürlich wieder zurück gelaufen sein. Ich seh ihn nicht mehr. Ich hab ihn nur ganz kurz gesehen. Aber da war er noch am Leben. Ich sag mal, was der geschossen hat. Der hat auf jeden Fall mies Damage kassiert. Aha. Der ist auf jeden Fall hart gehittet. Der hat ne Ketter gespielt. Ach so? Wollen wir pushen? Irgendwie den Hund. Der hat ne Ketter. Ich geh mal vor. Hatschotten. Dürfen wir es bösen. Ich geh es halt. Also ich bin oben. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier lang gemacht hab. Der hat mich gewonnen. Scheiß Gaffs alle. Was machen die denn hier? Sag mal. Ich bin hier unten, ja. Ich bin hinter dir. Ich bin an der Mauer. Okay, okay, okay. Ich bin an der Mauer. Ja, ich bin bei Matze. Ich bin ja froh, dass er mich nicht über den Haufen geschossen hat. Ja, mach ich nicht. Wenn ich hier im Busch vor dir hocke, weißt du? Ja. Einer rennt Richtung Out und ich bin weg. Da sind da die Zelten irgendwo. Aber ich gucke. Hinter dem blauen Zelt muss der sein. Nein. Den nicht mehr. Hier war ein Scaff. Alter. Ey, wieso kommen denn die bis hier rüber? Sag mal. Ja, ja. Seit wann das denn? Ja, das ist mir auch neu. Als wenn die den Loot Drop bebacken wollen mäßig. Aha. Da kommt der nächste angequarkt. Oh, schön. Abhauen. Bist du mal mit mir auf dem Berg noch? Ja, ja. Ich bin direkt hier kurz vorm Loot Drop. Okay. Hörst mich klippen, oder? Mhm. Ja, scheiße. Na ja, und dann gehen wir nochmal reinholen das Ding mit John. Daran soll es ja nicht scheitern. Wenn da einer irgendwie mal ein bisschen rechts kommt, dass er Richtung Mauer gucken kann. So, warte mal. Ich komme nur Richtung Mauer jetzt. Alter, würde ich dem Kollege wenigstens seine Waffe safen. Mhm. Ja, wenn du den nicht in Gefahr bringst, ist alles easy. Ja, wir kommen. Ja, einer sollte oben auf dem Hexenügel bleiben. Okay. Ich bin bestimmt selten unterwegs. Ich bin auf dem Hexenügel oben. Ah, ich seh das. Okay, Tobi, ich bin hinter dir. Mhm. Ich leg mich jetzt hier an unseren Mate. Mhm. Rennt ihr? Nee, nee, wir rennen nicht. Ja. Wo ist der Hund? Der war irgendwo hinter den Zelten. Ich weiß aber nicht genau, wo. Nichts, was da liegt. Also Mats haben sie das letzte Mal gesehen. Ja. Ich muss weiß ja. Hier rennt einer. Das bin ich, das bin ich. Ich renne weg. Okay. Bring kurz die Werfer weg. Okay. Danke dir. Heute, dass ich keine Kranaten hab. Ich komme jetzt wieder in eine neue Richtung, bin aber noch hinter der Straße auf der anderen Seite. Wer faucht denn da so? Keine Ahnung. Da ist Tobi, okay? Keine Ahnung. Irgendwas faucht aber. Irgendwas faucht. Es ist keine UMP. Das ist komisch irgendwie. Ich bin... Kommt ihr? Ja. Zum Lootrop. Ja. Habt ihr eine Blendgranate geworfen? Ja. Okay. Alter. Ich habe jetzt eine Medizin. Die Weste haue ich auch weg von ihm hier. Ich bin oben am Lootrop, Jungs. Ja, ja, ist schön. Okay, ich sehe dich. Ich such den Typen ab. Plygy, du kommst gerannt? Ja. Alter, hier kriegst du ja eine Krise, Mann. Ja. Ich such den Typ. Ich höre ja überall Schritte. Ey, kann man sich nicht hinlegen bei... Ey, der Lootrop ist leer, Alter. Komplett leer? Ja. Ja. Der Typ hat den gelootet. Der hat ja oben auf den Traf gelegt, der Idiot. Ja. Wer schießt? Wir nicht. Was ist drüben am Construction? Das ist eine MK. Alter, was geht da ab? Ja, 100%. Was faucht denn hier? Boah, ey, ist der Wahnsinn, oder? Das klingt so schuldig. Sind irgendeiner mit den Scaps nicht klar? Mhm. Ja, egal. Wollen wir jetzt mal weiter, oder? Ja. Das ist mal Ring. Ja, ich weiß... Das Ring. Ich würde jetzt ZB013 laufen. Weil ich muss hinten noch in den Gang rein. Mhm. Ja, machen wir das. Ja. Ja. Oh, 51 Kilo. Leck mich am Arsch. Alter, was ist hier los? Alter. Ich habe gelootet bis zur Besinnungslosigkeit. Wir laufen hinten an der Wand lang, ja, oder? Nee, wir sind vorne an der Straße. Das ist mir mit meinem Gewicht ein bisschen zu riskant irgendwie. Ja, ja. Kann ich schnell weg? Ja, dann kommen wir halt rüber. Wir kommen rüber, ja. Was hängt an? Da hinten war der voll mit der Kette drin noch. Ja. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Den fauch mal weg. Den fauch mal weg. Der kann uns nicht beide töten mit seinem kleinen Magazin. Nee, das stimmt. Ich weiß ja nicht, ob der noch eine andere Waffe... Ey, ihr schießt was? Was ist denn das? Hat jemand eine Blendgranate schon wieder geworfen? Nein. Da ist was im Durms drin. Ja. Ich bin tot. Oh, nö. Ja. Er hat gefaucht. Ich hat's weggefaucht. Boah, mich hat's weggefaucht, Mann. Käufischfarmer. Am Arsch hängt der Hammer, Junge. Das ist eher der senseless Farmer. Weil ich wieder so viel Loot hatte, Mann. Weil die Augen wieder so groß waren. Ja, ich hätte es aber auch mitgenommen. Nimmst du mit? Nee. Lass mal. Könnt ihr. Ich wüsste wo. Tschüss. Und jetzt sagt, ich habe es ja. Ich weiß ja, von mir schauen, ihr will so viel zu sein dauerhaft mit dem Und dann bin ich weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.